So Leute, ich habe gerade einen Nachschub bekommen an meinen Vitaminen, da ich jetzt ja schwanger bin. Babyforte Folsäure Plus und Babyforte Folsäure Plus Omega 3. Und ich erkläre euch jetzt ein bisschen was dazu. Ihr wisst ja, ich habe während meines Kinderwunsches wieder mal Babyforte Kinderwunsch genommen. Und jetzt wechsle ich eben, wie auch in meiner ersten Schwangerschaft, erstmal auf das Babyforte Folsäure Plus. Hier ist eben genauso wie in Babyforte Kinderwunsch die hochwertige, biologisch aktive Folsäure mit enthalten. Und auch sonst ist das Ganze natürlich optimal auf den Bedarf in der Schwangerschaft abgestimmt. Und ich habe einen dauerhaft aktiven Rabattcode für Babyforte. Mit Sarah10 spart ihr 10% auf alle Produkte von Babyforte, völlig egal ob Babyforte Kinderwunsch, Babyforte Folsäure Plus, Maskupro Fertilität, Puria Farm, es gilt einfach auf alles, auch auf die drei Monatspackungen. Speichert euch den Code ruhig ab. Wie gesagt, der läuft auch nicht ab. Ich bin von diesen Produkten überzeugt und deswegen begleiten sie mich auch jetzt wieder durch die Schwangerschaft.